In den Anfängen des Jahres 2019 fasste diese junge Wissenschaftlerin den Entschluss, eine Ballonmission in die Stratosphäre zu starten. Ziel der Mission war es, die unendlichen Weiten der oberen Atmosphärenschichten zu erkundeln. Unter Zuhilfenahme enormer Rechenleistung war es ihr möglich, jedes Detail des gesamten Fluges im Vorfeld zu simulieren. Nach akribischer Vorarbeit gelang es ihr, eine Kapsel zu entwickeln, welche in der Lage war, einen Passagier in die Stratosphäre mitzunehmen und diesen sicher zum Erdboden zurückzubringen. Die Kapsel hieß Vostok 7. Es gab lediglich eine kleine Einschränkung. Der Passagier musste ziemlich leicht sein. Genauer gesagt, weniger als gerade mal 30 Gramm. Wer käme als Passagier für Vostok 7 in Frage? Diese hier scheint etwas zu schwer zu sein. Oh je, zu scheu. Nein, nein, viel zu süß. Nur einer konnte die Situation jetzt noch retten. FPGA Sid, der tollkühnste Held, den wir kennen. Nur er traut sich am Ende der Instrumentenhalterung auszuharren, um während des gesamten Fluges den besten Beobachtungsposten zu haben. Und zwar sowohl hinab zur Erde als auch hinauf ins All. Am 30. März 2019 war es dann soweit. An diesem wundervollen Tag beginnt für FPGA Sid eine unfassbare Reise. Die Sprung wird Mini- Relax ab und ausgesucht. Hast du bestieg? Die Sprung wollen mit dabei Jahr? Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017